Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krümel Baut. Heute gibt es die Review zu TGST 5024, besteht aus 3145 Teilen, ist im Maßstab von 1 zu 8 und hat den Namen Supercar, ist ein Aston Martin DBX. Sollte es zumindest sein, hat keine Lizenz, dementsprechend steht ja auch nirgendwo Aston Martin oder sowas drauf. Wichtig ist, hier steht nochmal Limited Edition Electro-Plated Metal Parts, heißt so viel wie, ihr seht es ja auch glaube ich schon, die Farbe glänzt ziemlich. Also das ist keine Standard stumpfe Rotfarbe, sondern TGL macht das ja gerne in diesem Metallic-Effekt. Und das Set gibt es in vier Varianten, nämlich einmal statisch und motorisiert, ist klar, und dann in zwei verschiedenen Farben. Sie haben es leider vorne nicht, doch hier. So, einmal das Rot, was ich habe, das ist dann die T5024B in Jujube Red und die T5024A in Champagne Gold. Sieht im Realen so leicht ins Kupfer gezogen aus. Ja, macht dann insgesamt vier Varianten. Und, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, motorisiert wird mit zwei XL-Motoren und einem Servo-Motor. Ich habe es ganz am Ende auch mal kurz in der Küche fahren lassen. Macht in meinen Augen wenig Sinn. Der kriecht, äh, kriecht mehr vor sich hin, als dass er fährt. Und, komme ich auch später nochmal zu, dadurch, dass er ein Eilrad hat mit einem separaten Differenzial für die Achsen, knattert der auch ganz schön. Und laut Anleitung ist geplant, dass man noch zwei Verlängerungskabel verbaut. Immer wenn es um die Motorisierung geht, das ist hier hinten nämlich nur, äh, so, sind die Seiten grün. Da das nur am Ende ist, heißt das, ihr baut den einfach komplett durch und schön, ähnlich wie bei Kader das ja auch ist, man kann die Motoren einfach von unten dransetzen. Ich hatte das auch gemacht, es ist bei den XL-Motoren, wo ist es? Und, das kommt jetzt hier auf der Seite, da hat man wirklich wenig Platz. Also, die muss man direkt reinsetzen und dann hat man da vorne und hinten keinen Platz mehr, sondern schiebt sie dann nur noch auf Achse und zwei Pins, die das Ganze halten. Wenn die Achsen nicht drinne stehen, man hat halt wirklich schwer Griff, um das richtig reinzuschieben. Ja, aber wenn man es drinne hat, hält es. Und dann wollen die die Akkubox über die Verlängerungskabel hinten in den Kofferraum packen. Ich habe es bei meinem Fahrtest einfach nur auf die Rücksitzbank geworfen und habe mir die Verlängerungskabel gespart. Es gibt natürlich auch noch einen kleinen Stickerbogen. Aston Maddin, weil wir haben ja keine Lizenz. DBX, viermal für die 1x1-Plates auf den Felgen, jede Menge Deko für innen. Armaturenbrett, Tacho, zweimal Scheinwerfer, die kommen hier vorne eigentlich drauf. Und das Ganze hier für die Motoren, dass man weiß, welches Kabel wozu gehört, wenn man das denn möchte. Ja, ich habe das Ganze bestellt bei Joy. Wer da aktuell ein Technik-Set bestellt, bekommt ein Free-Gift, nämlich diese Messplatte. Kann man dann Liftarme dranhalten, Achsen dranhalten, hier die Konnektoren 5,4,3, dass man gleich sieht, was man hat. Oder auch Bricks und kann die Länge ablesen. Habe ich jetzt schon ein paar davon liegen. Die sind schön, wenn man eine Baupause macht. Kann man sich reinlegen, weiß man immer genau, wo man war. Das ist für mich so die Hauptverwendung, aber vielleicht nutzt ihr sie ja auch. Ansonsten, wenn ihr bei Joy bestellt, ich packe oben mal auch noch in die Ecke den Code rein. Mit Code-Krümel baut, spart er noch ein bisschen Geld. Ja, Anleitung. Wie viele Bauschritte waren es denn? Ich habe es jetzt spontan vergessen. Steht das vorne? Guck mal, genau, neun. Es sind neun Bauschritte. Eine Tüte mit Pins und Achsen und solchen Kram. Die sind separat. Ansonsten eine klassische Anleitung. Die alten Bauschritte sind leicht verblasst. Also nicht ausgegraut, das ist schon mal gut. Verblasst ist eigentlich, ja, somit das Beste. Wir haben rote Umrandungen für neue Teile. Wir haben Pfeile, wo was hin soll. Und wir haben kleine Bildchen, wie man die Zwischenelemente baut. An sich eine ganz klassische Anleitung. So, jetzt steht er hier. Ich drehe ihn mal, während ich ein bisschen nebenbei erzähle. Nämlich zum Aufbau. Falls ihr die Aufbau-Videos nicht gesehen habt. Das macht Spaß. An ein, zwei Stellen ist es ziemlich fummelig. Aber da sind viele Bautechniken dabei, die man so selten hat. Also es ist wirklich ein abwechslungsreiches Bauen. Und fordert einen ein bisschen mehr als jetzt. Ich habe ja zum Beispiel den Deltoner zuletzt gebaut gehabt. Und ja, da baut man halt so lang hin. Und man kann abschalten. Hier kann man sich ablenken vom Alltag, indem man sich wirklich auf was konzentrieren muss. Damit es dann am Ende auch richtig funktioniert. Aber wie gesagt, wenn man die Anleitung befolgt, kein Problem. Man muss halt nur ab und zu mal ein bisschen fummeln. An ein, zwei Stellen war es wirklich nervig. Weil da zu wenig Spiel war, um die Teile richtig gut zusammenzukriegen. Aber wie gesagt, Aufbau-Videos, zwei Stück dazu. Ich habe das immer erwähnt, wo man da vielleicht mal ein bisschen was anders machen könnte. In meinen Augen zumindest. So, jetzt soll das ja ein Aston Martin DBX sein. Und damit habe ich ein kleines Problem, weil der, oder ich habe ihn ja jetzt gedreht. Jetzt haben wir es ja eigentlich aus allen Ecken gesehen. Gerade wenn er steht, fällt das besonders gut auf. Nehmen wir mal den Teller hier weg. So, der ist mir viel zu bullig für einen DBX. Und zwar, ich weiß nicht, ich packe euch mal hier oben ein Bild rein. Das ist ein Getunter. Fragt mich jetzt nicht von wem. So würde ich sagen, okay, das ist er. Aber jetzt packe ich mal hoffentlich nochmal ein Bild rein. So soll er aussehen. Und da seht ihr, das ist alles viel zu wuchtig. Also, der müsste höher hängen. Es müssten ein bisschen kleinere Reifen dran sein. Es müsste ein Tick runder sein. Wie gesagt, die Getunter-Version, die ich jetzt gezeigt hatte, die kommt schon viel eher hin. Dann hätten sie das vielleicht auch in die Richtung irgendwie ein bisschen bewerben sollen oder sowas. Ihn jetzt so als DBX hinzustellen, weiß ich nicht. An sich, es ist ein schönes Set. Es ist ein schönes Auto. Nur zu sagen, das soll es sein, dann hat es halt nicht richtig funktioniert. Obwohl von vorne, die Form haben sie gut hingekriegt. Das passt. Das finde ich auch schick. Auch von hinten finde ich jetzt auch so hier mit den Leuchten. Die markanten Merkmale sind halt wirklich da. Nur die generelle Form stimmt halt in meinen Augen nicht ganz so. Aber das ist letztendlich auch Geschmackssache. Es muss jedem gefallen. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt mal aus ein paar Richtungen gezeigt. Kommen wir mal zu den Teilen TGL. Teile an sich gibt es erstmal keine Probleme. Man kann den bauen und der hält. Man muss aber auch sagen, dass die Dreierpins hier extrem straff sind. Wer das nicht gewohnt ist, könnte da durchaus ein Problem mit haben. Von daher vielleicht mal ein kleineres TGL-Set testen oder sowas. Beziehungsweise auch wer Muldking baut, kennt das auch. Die sind auch ziemlich straff. Hier vielleicht sogar noch ein Tick straffer. Aber auf Dauer kann das durchaus auf die Finger gehen. Möchte ich halt mal vorher erwähnt haben. Ansonsten, wir haben blaue Achspins und blaue Dreierpins. Ich habe sie größtenteils ausgetauscht. Was so optisch außen zu sehen ist. Es waren 18 und 12. Jetzt weiß ich nicht, ob es 18 Dreierpins waren und 12 Achspins oder umgedreht. Aber so die Drehe habe ich ausgetauscht. Und was ich euch wirklich empfehlen möchte, hole ich mir jetzt nochmal die Anleitung dazu. Hier sind vier Viertelpins drin. Eins, zwei, drei, vier. Die habe ich jetzt mittlerweile gegen schwarz ausgetauscht. Beim Aufbau hatte ich sie noch nicht. Jetzt habe ich sie. Die werden auch blau. Und das zerstört wirklich auch das Bild von vorne total. Tauscht die aus. Ganz wichtig, dass ihr vier schwarze Viertelpins habt. Und ansonsten lasst euch nicht hier von der Anleitung täuschen. LEDs sind nicht dabei. Nein, das haben sie einfach Produktfotos. Haben sie ein bisschen auf die Kacke gehauen. Da sind keine Lichter drin. Das ist halt wirklich nur ein Bild. Ja, ansonsten. Gucken wir mal, steht hier noch hinten irgendwo was drauf auf der Anleitung. Man kann halt die Klappen öffnen. Man kann die nach vorne und hinten schieben. Und wir haben einen laufenden Motor. Aber das gucken wir uns jetzt mal noch an. Denn, Klappe auf. Da ist der große V8. Der läuft halt mit, wenn man schiebt. Und so. Wir haben vier Federn pro Rad. Der federt auch und sackt nicht ein. Hinten ist er sogar ziemlich straff. Also, lieber so, als dass er unten bleibt. Hatte ich jetzt von Kako öfter mal das Problem. So ist es mir dann lieber. Wir haben hinten nochmal eine Klappe, die man öffnen kann. Die hängt leider nur auf Pins. Und da muss man aufpassen, wenn die runter kommt und ungünstig auf dem Finger landet. Also, da ist ja auch ein bisschen Gewicht dabei. Und so eine schöne Kante, wenn das genau auf den Knochen geht, kann es wehtun. Da hätte ich mir vielleicht irgendwas gewünscht, dass die nicht ganz so wild runterfällt. Wir können die Türen öffnen. Da ist das Problem. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da seht ihr übrigens hier das Blaue. Also, so würde dann hier außen öfters mal was aussehen. Darum habe ich es getauscht. Vorne, da ist das Problem, was ich gerade zeigen wollte oder angesprochen habe, dass das hier wirklich ziemlich genau ist. Dafür, wenn sie geschlossen ist, sieht es gut aus. Obwohl ich mir irgendwie noch ein bisschen Griff gewünscht hätte oder so angedeutet irgendwas. Beim Zumachen schlägt sie an. Hier hinten ist dieses Panel. Das ist halt haargenau am Radkasten und da knattert man sich so ein bisschen dran vorbei. Ja, und dann haben wir halt hinten noch die Heckklappe. Kann man aufmachen. Da ist dann ein großer Kofferraum. Da ist viel Platz. Denn da soll ja eigentlich die Akkubox rein. So, wir haben leider keine Hand-of-Gott-Steuerung. Es ist kein Getriebe dabei. Nichts. Das sind so die einzigen Funktionen. Achso, und das Lenkrad lenkt mit. Wenn wir jetzt hier mal die Tür aufmachen, können wir da reingucken. Lenkrad dreht sich. So. Lasst mich kurz überlegen. Aufbau hat ja gesagt, ist Abwechslungsdauer. Es ist auch alles relativ stabil. Bis auf hier die seitliche Heckpartie. Denn, wenn ich jetzt hier mal aufmache, die... Das hier. Ihr seht es. Die drei Panels. Gerade das. Das hängt einfach nur auf einer Achse. Und hat noch zwei andere Konnektoren, die jetzt nicht unbedingt straff miteinander verbaut sind. Das muss man sich einmal so in Position biegen. Na? Ich habe da jetzt gerade so viel rumgespielt, dass ich es überhaupt nicht mehr hinkriege. So. Jetzt. So. So soll es sein. Aber ihr habt ja mitgeklickt, das wackelt hin und her. Ja, also da muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein. Und das hier oben ist jetzt auch alles nicht so fest. Es gibt halt die Formen wieder, aber ist nicht richtig stabil gebaut. Habe ich schon besser gesehen bei anderen Autos. Von daher. Aber wobei, ich habe es auch schon schlechter gesehen. Ich sage nur Kadas, Centenario. Was da vorne alles so rumbaumelt, der ist wirklich auch nur einmal bauen, hinstellen und bloß nicht mehr anfassen gedacht. Ja, und dann kann man hier die Heckklappe zumachen. Und dann haben wir hier eine schöne Form. Wie gesagt, der Rest ist stabil. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Wir haben die großen Bugatti Felgen drauf. Ich weiß, dass TGL eigene Felgen machen kann. Beziehungsweise auch eigene Reifen und sowas. Da hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen was anderes gewünscht. Aber gut, man kann nicht zu viel erwarten. Wie gesagt, die müssen ja die Preise auch relativ klein halten. Oder gucken da drauf. Da ist das schon mal ganz nett. Gucken wir mal noch kurz in den Innenraum. Da haben wir nämlich schöne Sitze. Die sind nicht nur simpel mit Technik Liftarm oder sowas zusammengesetzt. Sondern auch viel mit Fliesen und Slopes gearbeitet. Dass man ein bisschen Polsterung hat. Soll ja halt etwas nobler sein in seinem SZ-Marten. Hinten haben wir einen Rücksitz. Was sieht ihr das? Ihr seht doch. Ich halte es mal an. Da Kopfstütze auch schön mit Fliesen. Nicht mit Fliesen, mit Slopes. An der Seite auch. Das ist schon ganz nett. Generell der Innenraum sieht nett aus mit dem, ist es ten farmed beige. Ja, auch hier in Seitenverkleidung. Auch nicht nur eine stinknormale Tür. Haben wir hinten auch. Haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Also ich finde generell, das werde ich dann auch demnächst, weil ich baue gerade den Bulli von TGL, sagen. Die machen sich langsam. Also klar, sie haben immer noch Macken. Größtenteils. Oder nicht größtenteils. Vor allem die blauen Pins nerven mich immer noch, dass sie das nicht endlich mal ändern. Aber sie gehen halt wirklich mehr ins Detail, als das andere machen. Auch hier hinten. Mit diesen Gittersteinen. Dass sie da Lüftung angedeutet haben und so. Das ist schon nicht schlecht. Und wie gesagt, lieber ein paar mehr Details. Dafür kann ich dann halt auch so sinnlose, in meinen Augen, Entschuldigung, wer das natürlich braucht, kann ich verstehen. Vielleicht mögen das andere zu bauen, so ein Getriebe kann da halt für mich komplett raus. Dann sollen sie die 200 Teile lieber in mehr Deko stecken. Ja, das kann ich jetzt eigentlich zu dem Aston Martin sagen. Wie gesagt, fahren lasse ich mir am Ende. Ach so, fahren. Genau, das wollte ich euch ja noch zeigen. Also, wir haben nämlich einen richtigen Allradantrieb. Vorne, nee, hinten ein Differenzial, vorne ein Differenzial und beide Achsen sind in der Mitte nochmal über ein Differenzial verbunden. Und hier hört das auch, das ist nämlich das größte Problem in der motorisierten Version. Nun, abgesehen davon, dass XL-Motoren zu langsam oder nicht wirklich spaßige Geschwindigkeit auf den Boden bringen. Wenn das hier greift, hier knattert es. Gerade im Vorwärtsfahren kommt ja dann ziemlich viel Druck drauf, weil der ganze Antriebsstrange nach vorne durchgeleitet werden soll. Dann greift das hier und ihr hört das Rad dann ziemlich laut. Das ist auch das, was ihr später im Video hört. Beim Rückwärtsfahren ist es nicht so, weil da zieht er das ja nur hinterher und der Druck geht nach hinten. Direkt auf die Achse hat man das Knattern nicht so sehr. Aber das ist ein großes Problem. Neben der Geschwindigkeit, dass man damit nicht wirklich fahren will, weil es wirklich laut ist. Das liegt, glaube ich, einfach nur daran, dass die Zahnräder hier, die Zähne, einen Tick zu kurz sind und das nicht richtig zusammengreift. Vielleicht bin ich da auch vollkommen auf der falschen Spur und ihr könnt mich eines Besseren belehren. Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich lerne gerne dazu. Ja, das ist, wenn ich jetzt hier, wenn es hier einfach durchgeht, aber sobald das hier die Zahnräder aneinander greifen, dann springt es und es hakt. Aber gut, das ist halt so ein Problem. Das wollte ich jetzt auch nochmal gesagt haben. Die wenigsten werden sich das jetzt sicher wahrscheinlich motorisiert kaufen wollen. Aber für die, die es machen, sollen sich da nicht wundern, wenn es bei denen auch so ist. Ich habe es euch ja jetzt gesagt. Das also dazu. Hier die zwei XL-Motoren rein. Wie gesagt, hier ist wenig Platz. Der geht genau so rein und dann muss man draufstecken. Für einen Servomotor, da ist mehr Platz. Den kann man da ganz bequem reinpacken. Ich habe dann hier die Kabel einfach nach oben auf die Rücksitzbank und dann da drauf gelegt. Ja, wer ihn permanent motorisiert haben möchte, kann das natürlich mit den Verlängerungskabeln machen und das dann alles ein bisschen ordentlicher machen. Gut, soviel dazu. Aufkleber habe ich ja, wie gesagt, nicht aufgebracht. Die würden, ah, hier habe ich ganz vergessen. Transclear Panel kannte ich jetzt so in der Größe auch noch nicht. Hätte ich mir beim Kader C63002 was, glaube ich, gewünscht, dem 1 zu 10 McLaren. McLaren Senna, genau. Da ist ja in so einer Tür ein Fenster. Hätte Kader eigentlich auch mal machen können. Ich glaube, das haben die da nicht gemacht. Da haben die einfach einen Aufkleber drauf gepatscht. Hier haben sie es gemacht. Damit man dann den Aufkleber für die Scheinwerfer machen kann und das alles ein bisschen optisch hübscher sein soll. So. Ach so, nicht wundern. Hier sind oben Kratzer drauf. Die sind nicht von TGL. Das war von mir. Das Pen ist mir runtergefallen und dann hat es mein Sohn gehabt und der hat damit irgendwas rumgespielt gehabt. Ignoriert das. Die Sache noch. Farben. Im Generellen passt es. Wenn man es hier so in Starkbeleuchtung und ganz genau hinguckt, sieht man, das weicht leicht ab. Typischerweise die Konnektoren mit Achse und Pin-Aufnahme immer mehr, weil anderes Material. Da wirken die Farben immer ein bisschen anders. Aber auch bei den Lift-Armen seht ihr hier, dass der und der zum Beispiel einen Tick heller sind als die hier unten. Im Tageslicht und auf ein bisschen Entfernung fällt es kaum noch auf, weil alles halt funkelt, glitzert und durch diesen Effekt generell immer ein bisschen anders schimmert. Da kriegt man das kaum noch mit. Es ist aber nicht perfekt, das sei gesagt. Gut, dann sind wir jetzt eigentlich auch durch mit der Vorstellung. Den Rest könnt ihr euch gerne, wie gesagt, in den Aufbau-Videos reinziehen. Machen wir Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch das Modell jetzt hier nochmal ein bisschen so zusammenfassend näher bringen. und habe meine Meinung gerade zur Optik nochmal kundgetan. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ihr wisst, kleiner Klick für euch. Für mich ist es viel Freude. Und vielleicht abonniert ihr auch noch meinen Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es heißt Krümelbaut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.